Auch in den USA sind die Benzinpreise wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine massiv gestiegen. Präsident Biden will jetzt sechs Monate lang Rohöl aus der strategischen Reserve verkaufen, um den Marktpreis zu drücken. Zu Einzelheiten äußert er sich jetzt in einer Pressekonferenz. ... Zerstörung, zusammen mit unseren NATO verbündeten europäischen Partnern und darüber hinaus, reagieren wir darauf. Wir helfen dem ukrainischen Volk militärisch wie wirtschaftlich und haben die härtesten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die es je gegeben hat, verhängt. Deshalb schaden diese Maßnahmen der russischen Wirtschaft ganz beträchtlich und ländern das Leiden des ukrainischen Volkes. Aber Putins Krieg hat auch Folgen für Amerika und unsere Verbündeten und Demokratien überall auf der Welt. Ich möchte heute einen Aspekt von Putins Krieg ansprechen, der real auch das amerikanische Volk betrifft. Die Preissteigerungen, die wir an den Tanksstellen überall erleben, in den USA und weltweit. Viele Familien haben mit diesem Preisanstieg wirklich zu kämpfen. Ihre Familienbudgets, um tanken zu können, dürfen nicht davon abhängen, ob ein Diktator einen Krieg erklärt. Ich habe also einen zweiteiligen Plan beschlossen, nicht nur um den Familien bei ihren derzeitigen Nöten zu helfen, sondern auch um Unabhängigkeit zu schaffen und Sicherheit zu gewährleisten, was die amerikanische Energieunabhängigkeit angeht. Stellen Sie sich vor, wenn Russland nicht sein Öl und Gas verkaufen müsste, wenn Europa nicht abhängig wäre von Russland. Es gibt hier zwei Wurzeln des Problems. Zuerst einmal die Pandemie. Als Covid-19 kam, ist die Öl- und Gasnachfrage weltweit zurückgegangen. Die Produktion ging ebenfalls zurück. Die Nachfrage nach Öl ist dann aber jetzt mit einem Mal deutlich höher angestiegen als das Angebot. Die Gas- und Benzinkosten sind im letzten Jahr in die Höhe geschnellt. Die zweite Ursache ist Wladimir Putin. Heute sind die Energiepreise in vielen Bundesstaaten der USA deutlich höher. Mehr als ein Dollar mehr müssten wir zahlen in gerade einem Monat wegen Putins Krieg. Viele Menschen kaufen weltweit kein russisches Öl mehr. Ich habe ja ebenfalls Verbote für den Kauf russischen Öls und russischer Energie verhängt. Und im Kongress haben wir Unterstützung gefunden. Das war auch der richtige Weg. Aber ich habe damals schon darauf hingewiesen, das hat seinen Preis. Wenn russisches Öl auf dem Weltmarkt nicht mehr da ist wie bisher, dann werden die Preise zwangsläufig steigen. Jetzt treffen diese Preisanstiege auch die Amerikaner an den Tankstellen. Und das führt mich zum ersten Teil meines Plans. Um das Ölangebot zu steigern, erhöhen sich erst einmal bei uns die Preise wegen der von Putin verursachten Situation. Wenn wir also die Preise senken wollen, dann brauchen wir jetzt auch mehr Öl im Angebot. Wir haben jetzt schon seit Jahren eine einmalige Gelegenheit erhalten. Wir können viele brachligende Möglichkeiten jetzt nutzen, neue Bohrlöcher aktivieren und dergleichen. Das amerikanische Volk kann auch einige Ersparnisse durch Preisenkunden an den Tankskellen einstreichen durch unsere Maßnahmen. Oder manche nutzen die Situation aus, sie lehnen sich zurück, stecken Gewinne ein, während die amerikanischen Familien kämpfen müssen. Dies ist ein gefährlicher Augenblick für die Welt. Und die amerikanischen Familien leiden an den Tanksäulen. Auch in der Zeit der Patrioten. Ich danke den Firmen, die heute schon angekündigt haben, dass sie ihre Produktion sofort steigern möchten. Sie investieren, um mehr Öl zu fördern. Und auch saubere Technologien sind nötig, um unsere Ölabhängigkeit künftig zu vermindern. Wir müssen hier helfen, nicht im Wege stehen. Und diese Firmen tun das. Sie werden eine Million Barrel Öl pro Tag wahrscheinlich schon ab dem Herbst zusätzlich produzieren. Das ist Fortschritt. Aber einige Firmen ziehen nicht mit. Sie möchten nicht mitmachen, weil sie mehr Gewinne einstreichen können durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise. Manchen ist es anscheinend auch egal, ob der Preis auf 200 Dollar pro Barrel steigen kann. Ich muss sagen, damit ist genug. Diese Politik muss aufhören. Es geht nicht um das Einstreichen von Gewinnen bei Investoren, während das amerikanische Volk, während die ganze Welt zuschaut. Die Ölfirmen haben 80 Milliarden an Gewinnen letztes Jahr eingestrichen und die Gewinne werden weiter steigen. Jetzt ist es an der Zeit, hier einzugreifen für das Wohl des Landes, für das Wohl der Welt. Hier muss investiert werden in die sofortige Produktion, damit wir Wladimir Putin antworten können, damit wir auch den Kunden helfen können. Ich bin Kapitalist. Ich habe kein Problem damit, wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen. Aber Firmen müssen weiterdenken, nicht nur an ihre Aktionäre. Sie müssen auch an die Kunden und an ihr Land denken. Niemand darf eine Pandemie oder die Maßnahmen von Wladimir Putin nutzen, um amerikanischen Familien zu schaden. Wenn Gewinne in die Produktion und Innovation investiert werden, ist das der richtige Weg. Man muss in die Kunden investieren. Das ist nicht nur reiner Patriotismus, das ist auch gut fürs Geschäft. Die Öl- und Gaswirtschaft hat im Augenblick 9.000 nicht genutzte Fördergenehmigungen auf Bundesgebiet in den USA. Mehr als eine Million Acres. 400.000 Hektar sind verfügbar, die genutzt werden könnten. Damit also diese erste Teile des Plans durchgeführt werden kann, habe ich eine Use-it-or-Lusit-Politik. Es müssen Gebühren für Bohrlöcher gezahlt werden, die jahrelang ungenutzt geblieben sind. Wer diese Bohrlöcher bereits nutzt, ist nicht betroffen. Wer aber alles einfach hat brach liegen lassen, muss die Folgen tragen. Und dann muss der Preis für Untätigkeit auch entrichtet werden. Was ich jetzt fordere, wird auf längere Sicht wirklich etwas bringen. Allerdings dauert es Monate, nicht nur Tage, bis das alles umgesetzt werden kann. Deswegen ist der zweite Teil meines Plans wichtig. Heute habe ich für jeden Tag die Freigabe von einer Million Barrel für die nächsten paar Monate beschlossen. Aus der strategischen Ölreserve. Das ist eine Brücke wie aus Kriegszeiten, in früheren Zeiten, um hier weiterzukommen in solchen Notsituationen. Und das ist wirklich die größte Freigrabe unserer Ölreserven in der Geschichte. Historische Mengen für einen historischen Zeitraum werden bereitgestellt. Eine Brücke von sechs Monaten bis in den Herbst hinein. Man kann damit jetzt auch schon die Reserven wieder aufstocken. Wir sind also bereit. Wir sind bereit für künftige Notfälle. Liebe Landsleute, ich habe das mit Verbündeten und Partnern weltweit abgesprochen. Wir haben auch Zuseigen anderer Staaten bekommen, die Dutzende Millionen weiterer Barrels auf den Markt werfen werden. Unsere kombinierten Bemühungen werden für jeden Tag mehr als eine Million Barrels zusätzlich liefern. Putin kann seine Energieressourcen nicht gegen amerikanische Familien oder Demokratien weltweit als Waffe einsetzen. Der erste Teil meines Plans betrifft die sofortige, die augenblickliche Krise. Im zweiten Teil geht es darum, dass wir langfristig amerikanische Energieunabhängigkeit verwirklichen können. Wir werden das Problem nie wiederbekommen. Wir und die ganze Welt müssen unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ganz abschaffen. Wir müssen langzeitig Sicherheit erreichen in diesem Bereich. Wir müssen uns verstärkt um saubere Energien bemühen mit unseren Verbündeten und Partnern auf der ganzen Welt. Und das können wir auch tun, indem wir meinen Plan jetzt im Senat durchziehen, auch im Kongress. Ein Plan, der seit einem Monat vorliegt, damit dieser Übergang in eine saubere Energiezukunft ermöglicht wird. Made in America, aus Amerika kommt das alles. Das ist für amerikanische Werte und Möglichkeiten. Wir müssen alle Instrumente nutzen, damit wir uns von unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen lösen können. Wir müssen mehr saubere Energien bekommen. Technologien amerikanischer Firmen, amerikanische Arbeitnehmer, damit wir die inländischen Lieferketten verbessern können und diese Technologien weltweit nutzen können, um gegen die Treibhausgase anzugehen. Deswegen werden wir unsere ökologischen Maßnahmen ausbauen, die Lieferketten bei uns ändern, damit entscheidende Materialien bereitgestellt werden können, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge. Ich denke an Elemente wie Lithium und andere für Batterien und dergleichen. Wir werden unsere Amerikation China vermindern können und Werkzeuge für die Zukunft bekommen. Ich werde alles nutzen, was möglich ist. Wir werden eine saubere Energiezukunft für Amerika und die Welt schaffen. Ja, wir werden das anpacken, auch den Klimawandel als Problem. Wir werden dafür sorgen, dass Millionen gut bezahlte Arbeitsplätze für die nächsten Generationen geschaffen werden. Wichtigsten aber ist es im Augenblick, dass Ihren Familien Geld gespart werden kann. Nach meinem Plan soll es so laufen und im Kongress wird darüber beraten. Wir werden die Distriktation von Elektrofahrzeugen nutzen. Im Durchschnitt wird jeder typische Fahrer 80 Dollar pro Monat damit sparen können. Soweit US-Präsident Biden zur teilweise Freigabe der strategischen Ölreserve der USA. Sechs Monate lang soll jeden Tag eine Million Barrel Öl zusätzlich freigegeben werden, um den Marktpreis des Öls zu drücken. Präsident Biden ist sehr patriotisch aufgetreten. Er hat neben diesem Plan auch einen weiteren Plan langfristig genannt. Etwa 9000 Baulöcher in den USA sind ungenutzt und die sollen jetzt genutzt werden. Unternehmen sollen dazu über eine Art Strafgebühr quasi gezwungen werden, dass mehr Öl gefördert wird. Biden betont aber auch, dass ganz langfristig ein ökologischerer Einsatz von Energien, der Gewinn ökologischer Energien im Fokus steht. Zeit